es gibt ein neues update von mir und zwar zur 37 schwangerschaftswoche und zwar klappe einfach mal drauf los also mir geht soweit an die noch ganz gut es gibt tage wo ich natürlich total bekloppt bin und irgendwie in den garten noch irgendwelche büsche und bäume umpflanze und irgendwelche blumen einpflanzen und schlag mich tot dafür geht es mir einen tag danach etwas schlechter jeweils war es am ersten märk so am freitag habe ich schön bäume umgepflanzt mit meinem freund und habe gehakt laut gehabt und so am nächsten tag hat die totale rücken und hüftschmerzen habe bis fünf uhr wach gelegen das war halt so ich habe halt total die wassereinlage und den füßen immer noch das ist halt auch mehr geworden dann lege ich halt immer abend schön meine füße hoch so aber dadurch dass ich die füße irgendwie so hoch liege kriege irgendwann rückenschmerzen und wenn ich dann irgendwie aufstehen muss um auf toilette zu gehen muss ich mich erstmal auf die bettkante setzen oder auf sofakante wie auch immer bis ich meine hüfte ja an dieses gewicht quasi gewöhnt also ich kann nicht sofort ausstehen weil irgendwie meine hüfte irgendwie total unstabil und ja irgendwie ein bisschen merkwürdig ich habe irgendwie probleme mit meiner hüfte ich schätze es liegt daran dass sich das becken weitet und schätze ich mal ich weiß es nicht bin kein arzt aber es wird schon irgendwie was mit der geburt vorbereitung zu tun haben ja dann ging es mir sonntag wieder gut am montag hatte ich geburt vorbereitungskurs und wir fahren halt immer vor dem geburt vorbereitungskurs einkaufen und diesmal war das katastrophe also bei kaufland auf einmal bin ich richtig gekrümmt gegangen weil ich schmerzen hatte so richtig so links und rechts vom bauch runter und tierischen druck nach unten und ich so was denn jetzt los mein freundin gesagt schatzi brauchen wir Butter, schatzi brauchen wir noch Käse und ich schon am pusten gewesen und habe mich irgendwie abstürzt am regal am einkaufswagen und ich dachte mir so alter was quatscht der mich denn voll ich hab grad schmerzen schatzi brauchen wir das noch, schatzi brauchen wir das noch und ich schön am atmen gewesen und so habe mich halt irgendwie auf meine schmerzen konzentriert wo ich mir dachte oh ne so kannst du nicht zum geburt vorbereitungskurs gehen und sind wir kurz ran gefahren haben bescheid gesagt dass ich nicht komme und ich hätte mich gerade hübsch gemacht also für geburt vorbereitungskurs richtig dick schminke drauf gehabt meine haare geglättet und die mädels guckt mich an du siehst aber nicht gut aus und ich dachte mir so ey hallo heute extra dick schminke drauf haare geglättet nur weil ich schmerzen habe sehe ich nicht gut aus nein ja das war ein flop jedenfalls bin ich nicht hingegangen weil ich wusste mir geht es halt nicht gut wahrscheinlich davor ein bisschen zu viel getan wir sind jetzt auch dabei also jeden tag so einen raum fertig zu machen also mehr ich als mein freund das kinderzimmer ist ja fertig da haben wir jetzt hat mein freund nur noch oben auf dem schrank nochmal staub geputzt da muss ich nur noch einmal lang wischen und halt täglich saugen oder alle zwei tage dann habe ich das schlafzimmer aufgeräumt wahrscheinlich ach das habe ich am sonntag gemacht ein tag vor dem geburt vorbereitungskurs deswegen hatte ich wahrscheinlich auch am montag diese schmerzen hat das ganze schlafzimmer aufgeräumt habe die wäsche noch mal neu zusammengelegt mein freund hat oben auf dem schrank wieder nur staub gewischt und ich habe alles andere gewischt und gesaugt und getan und gemacht alles schön zusammengelegt und so und jetzt am mittwoch heute ist ja freitag habe ich das wohnzimmer gemacht habe halt alle sofas weggerückt und habe dahinter die wollmäuse weg gemacht und ja habe hier alles gesaugt und gewischt und das aquarium noch mal poliert und ja das wohnzimmer ist jetzt auch sauber heute abend wollen wir die küche machen dass mein freund einmal auf den schränken staub und fett weg macht quasi und dann kommt zum schluss noch das badezimmer da wird nochmal einmal komplett so alles ne also richtig auf hochglanz poliert dass ich dann nur noch wischen und saugen brauche ja ich habe das gefühl dass sich mein bauch senkt ich habe jetzt auch irgendwie das gefühl dass dass so ein paar sachen auch leichter fallen zum beispiel kann mich teilweise auf den bauch legen wenn mein freund mich irgendwie mal irgendwie massiert oder wir einfach mal kuscheln und das drehen fällt mir irgendwie auch leichter aber das sage ich bei jedem update jetzt dass ich glaube ich den dreh raus habe wie man sich im Bett dreht man sieht es auch glaube ich ein bisschen dass sich mein bauch gesenkt hat ähm mein bauchumfang liegt jetzt bei 116 und ich habe bis jetzt 18 kg zugenommen tadaaa ja wir waren gestern beim frauenarzt und ich dachte er guckt wieder nach dem muttermund und tastet den ab und so hatte voll panik weil das ist nicht so meins mag ich nicht so jedenfalls sagte er nö haben sie Probleme jetzt sagt er Wassereinlagerung da hat er einmal kurz getestet ja ordentlich und die Frau äh die Arzthelferin malte auch so es können so 3 Liter Wasser auf jeden Fall sein die ich so angesammelt habe und sagte er ja dann in zwei Wochen wieder und dann ähm ich habe ja letztes Mal Ultraschall gemacht ist ja alles tutti und ich mhm ok ja gut was soll ich dazu sagen und ja das war halt mein Frauenarztbesuch nicht spektakuläres CTG gemacht keine Venen drauf gehabt Kind geht's gut ähm ja das war's zu meinem Schwangerschaftsupdate ich war eben gerade bei der Nachbarin die hat vor einer Woche ihr Kind gekriegt hatte ich das auch im Aachen das ist ja immer so ganz merkwürdig so das ist halt nicht dein Kind und habe mich einfach so mhm nicht getraut aber ich glaube ich habe das ganz gut ähm hingekriegt und das ist eine ganz süße Maus und ja wie gesagt wir sind jetzt dabei halt alles so ein bisschen äh zu putzen und auch vor der Mann zu bringen dass Nilo auch jetzt bald kommen kann ja ansonsten geht's mir soweit noch ganz gut manchmal halt schon beim Laufen dass ich sage oh wow wow warte mal kurz da zieht's ganz schön aber sonst ist alles tutti ja meine Lieben das war's ganz kurz und schmerzlos ich wünsche euch noch einen schönen Tag wir sehen uns im nächsten Video Ciao Ciao